Humanistische Grüße, meine lieben Freundinnen und Freunde. Heute wieder eine kleine Folge, musst du wissen und es soll ganz konkret um das Thema der Initiativbewerbung gehen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen sowas in die Richtung gemacht, Bewerbung, aber heute explizit ein paar Punkte und aus meiner Sicht Vorteile, die für eine Initiativbewerbung sprechen und die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet und über die ihr nachdenken solltet. Ja, im Kern ist die Initiativbewerbung natürlich zu der klassischen Bewerbung eine Art Bewerbung, die du initiativ aus deinem eigenen Antrieb heraus tust. Man könnte auch sagen, da werden wir gleich noch zu kommen, du bist intrinsisch motiviert an der Organisation, interessiert dich dort zu bewerben. Im Vergleich zu, nennen wir es klassische Bewerbung, einer sogenannten Stellenausschreibung, die gewisse Kriterien hat und wo das Unternehmen sagt, okay, wir suchen jemanden für diese Position. Das sind die beiden Unterschiede. Also einmal klassische Bewerbung, Unternehmen schreibt Stelle aus, hat die Kriterien, anderer Punkt oder Initiativbewerbung in dem Fall, du schaust, was passt zu mir, welches Unternehmen passt zu mir und was bringe ich mit und wie kann ich mich initiativ bei dieser Organisation einbringen, bei dieser Organisation bewerben und das hat aus meiner Sicht sehr, sehr viele Vorteile. Ein Vorteil, ich habe hier ein paar Punkte zusammengefasst, ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass du eine kleine bis keine Konkurrenz hast. Also kommt natürlich immer auf den Zeitpunkt drauf an, beziehungsweise auch auf die Größe des Unternehmens, aber in der Regel hast du im Vergleich zu einer klassischen Stellenanzeige, hast du so eine kleine bis keine Konkurrenz, weil du bewirbst dich initiativ bei dem Unternehmen, ohne dass das Unternehmen sagt, okay, wir brauchen hier jemanden für diese oder jene Stelle. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, es gibt für dich keinen Zeitdruck, es gibt keine sogenannte Deadline, es gibt keine Bewerbungsfrist und du kannst die Initiativbewerbung genau so gestalten, wie du sie gestalten willst. Ein weiterer oder weitere wichtige Punkte sind auf jeden Fall, dass eine Initiativbewerbung sehr, sehr viel Eigeninitiative mitbringt. Du zeigst dem Unternehmen, du bist nicht extrinsisch motiviert, weil du einen Job suchst, weil du diese Stellenanzeige gesehen hast, weil du einen Job brauchst. Du bist intrinsisch motiviert und zeigst Eigeninitiative, zeigst Motivation, zeigst Interesse, zeigst Engagement an dem Unternehmen. Und die Initiativbewerbung gibt dir natürlich auch nochmal größere Möglichkeiten beim Unternehmen, weil, wie gesagt, der Korridor, klassische Bewerbung, ist natürlich schon vom Unternehmen selber sehr, sehr eingegrenzt. Und mit deiner Initiativbewerbung, mit deinem Profil zeigst du dem Unternehmen ja, okay, das und das bringe ich mit und erweiterst so gesehen halt das Spektrum der Möglichkeiten, wo du bei dem Unternehmen deine Arbeitskraft, deine Gedanken, deine Ideen mit einbringen kannst. Ja, als ganz, ganz wichtigen Vorteil sehe ich natürlich auch bei der Initiativbewerbung, dass du dich mit deinen konkreten Ideen bei einer Organisation bewerben kannst. Also du musst dir ja vorstellen, im klassischen Sinne, du hast die Ausschreibung, das gibt es mit ein gewisses Profil, dann bringst du mit deinem Profil etwas mit. Bei der Initiativbewerbung kannst du explizit nach einer Organisation suchen, mit der du dich identifizieren kannst, deren Werte, deren Normen, deren Visionen du vertrittst und dir denkst, okay, ich habe vielleicht hier schon das passende, ich habe das passende Profil und ich habe eine konkrete Projektidee, mit der ich mich nicht nur auf eine Stelle bewerbe, sondern ich bewerbe mich mit meiner Arbeitskraft, mit meinem Profil und ich bringe direkt eine konkrete Projektidee als Initiativbewerbung mit in das Unternehmen hier hinein. Das zeigt natürlich auch, dass du dich sehr stark mit dem Unternehmen beschäftigt hast, das zeigt wiederum, dass du motiviert bist und das zeigt auch, dass du, du hebst dich natürlich ab mit einer kreativen Bewerbung, du hebst dich ab von der Masse und das ist wiederum ein ganz, ganz großer Unterschied im Sinne einer klassischen Stellenanzeige, die ja wie gesagt schon sehr, sehr eingeschränkt ist. Und du bleibst somit natürlich auch viel, viel mehr im Gedächtnis, gerade weil ein guter Personaler, ein guter HR-Manager, der sieht ja, dass du motiviert bist, der sieht ja, dass du diese Werte lebst, dass du die mitbringst, dass du dich mit dem Unternehmen beschäftigt hast und somit wirst du, wenn du dich mit einer konkreten Projektidee direkt bei dem Unternehmen bewirbst, natürlich bei einem möglichen Bewerbungsgespräch auch ganz, ganz anders auftreten und dich ganz, ganz anders vorbereiten, viel, viel intensiver wirst du sein, viel, viel motivierter und somit natürlich auch überzeugender und authentischer. Ja und diese Punkte, Authentizität, intrinsische Motivation sind ganz, ganz wichtig, natürlich auch im Hinblick, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du sehr viel im Rahmen deiner Möglichkeiten arbeiten kannst und arbeiten musst und im besten Falle solltest du das meiner Meinung nach halt tun, bei einem Unternehmen, bei einer Organisation, mit der du dich identifizieren kannst, wo du motiviert bist, wo du gerne zur Arbeit gehst, wo du dir sonntags denkst, boah schön, morgen ist Montag und ich, boah fuck, ich muss wieder zur Arbeit, weil das ist natürlich auch für deine Lebenszufriedenheit, für deine Gesundheit, für deinen Mikrokosmos sehr, sehr, sehr wichtig, dass du dich da mit dieser Organisation, mit deiner Tätigkeit, die du tust bei dem Unternehmen, mit der du dich da identifizieren kannst und die Initiativbewerbung kann natürlich auch noch Nachteile ausgleichen, gerade weil du eine eigene Idee mitbringst, weil du intrinsische Motivation mitbringst, weil du authentisch deine kreative Bewerbung beim Unternehmen abgibst, kann das vielleicht eine schlechte Note, ein vielleicht nicht so tolles Zeugnis in gewisser Weise auch ausgleichen und das wird immer ein guter HR-Manager, ein guter Personaler wird das zu schätzen wissen, der wird deine Initiativbewerbung berücksichtigen, der wird deine intrinsische Motivation sehen, deine Authentizität zu schätzen wissen und er wird sich denken, hier habe ich jemanden, der hat sich mit dem Unternehmen beschäftigt, der hat darüber nachgedacht, der hat Visionen, der hat sich eine konkrete kreative Projektidee überlegt und im besten Fall hast du dann eine Chance, dir damit deine Stelle mit deinem Profil auch zu schaffen. Ich kann nur dafür plädieren, versucht das auf jeden Fall, sucht euch Organisationen, die ihr vertreten könnt, mit deren Visionen, Werten, Normen ihr euch identifizieren könnt, das ist ganz, ganz wichtig fürs Unternehmen selber natürlich, aber viel, viel mehr für eure Zufriedenheit, für eure Motivation, da viele Menschen in unserer Gesellschaft natürlich arbeiten müssen und ich denke, es ist wichtig, wenn es wirklich in so eine Richtung geht, wo sich im besten Fall jeder mit seiner Tätigkeit identifizieren kann, wo er dahinter steht, dann hat das einen ganz, ganz anderen Effekt, als wenn du nur monetär, also extrinsisch motiviert bist. Humanistische Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, teilst und auch kommentierst. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.